Hallo und willkommen zu unserem EKG-Exkurs. In diesem Video wollen wir uns mit den Vektoren beschäftigen, die dem EKG zugrunde liegen. Hierfür betrachten wir das Herz im Folgenden aus einer Vierkammerperspektive. Das heißt, es sind alle relevanten Hohlräume auf einem Blick zu erkennen. Dabei liegt der Senusknoten in räumlicher Nähe zum rechten Vorhof. Wenn wir nun die extremitäten Ableitungen auf diese Abbildung projizieren, so lässt sich die Erregungsausbreitung in Form von Vektoren einfacher verstehen. Hierfür eignet sich insbesondere die Abbildung 2, die, vereinfacht gesagt, vom rechten Arm zum linken Fuß zeigt, also vom Minus zum Pluspol. Wenn also eine elektrische Erregung in diese Richtung läuft, so verzeichnen wir in Abbildung 2 einen positiven Ausschlag. Der elektrische Vektor ist also nichts anderes als eine Kraft, die in eine bestimmte Richtung zeigt. Unser EKG-Gerät zeichnet eben diese Vektoren auf und macht sie für uns sozusagen sichtbar. Wenn jedoch dieser Vektor in die andere Richtung zeigt, so registriert das EKG-Gerät einen negativen Ausschlag. Betrachten wir nun die realen elektrischen Geschehnisse im Herzen. Zunächst erfolgt die Erregung der Vorhöfe. Dieser Summenvektor zeigt in Richtung Herzspitze. Deshalb erfolgt hier ein kleiner positiver Ausschlag. Wenn beide Vorhöfe vollständig erregt sind, tritt wieder die isoelektrische Linie ein. Die Kammererregung beginnt tatsächlich links vom Septum und breitet sich zunächst in Richtung Herzbasis aus, also in umgekehrte Richtung. Deshalb verzeichnen wir hier eine kleine negative Zacke. Doch dann erfolgt die Depolarisierung, also die Erregung, wieder in Richtung Herzspitze. Hierbei wird die größte Herzmuskelmasse aktiviert. Deshalb erscheint in Abweitung 2 zu diesem Zeitpunkt ein großer positiver Ausschlag. Dies ist die R-Zacke. Anschließend werden noch einige verbliebene Areale erregt. Auch hier erfolgt dies wieder in entgegengesetzte Richtung. Aus diesem Grund lässt sich im EKG eine S-Zacke beobachten, die noch etwas tiefer als die isoelektrische Linie verläuft. Damit sind beide Ventrikel vollständig erregt und das EKG-Gerät kann keine Potentialdifferenz mehr wahrnehmen. Die Repolarisierung, also die Rückbildung der Erregung, läuft zwar von der Herzspitze in Richtung Herzbasis. Da sich bei diesem Prozess jedoch der elektrische Vektor umdreht, also in Richtung Herzspitze zeigt, erfolgt hier wieder ein positiver Aufschlag, was letztlich der T-Welle entspricht. Damit vervollständigt sich das Bild im EKG. Wir haben nun jedoch die Geschehnisse nur aus der Sicht von Abweitung 2 betrachtet. Schauen wir uns das Ganze aber mal aus einer anderen Perspektive an, nämlich aus der Perspektive von AVR. Diese Ableitung befindet sich im Bild oben links. Wenn nun der größte Summenvektor erfolgt, also die eben besprochene R-Zacke in Abweitung 2, so zeigt ja diese in Richtung Herzspitze, also weg von AVR. Dies bedeutet aber, dass in dieser Abweitung ein negativer Aufschlag erfolgt. Wir können somit festhalten, dass positive Ausschläge nur dann verzeichnet werden, wenn ein Vektor auf eine bestimmte Ableitung zeigt. Wenn dieser jedoch in die umgekehrte Richtung erfolgt, so registriert die entsprechende Ableitung eine negative Zacke. Das Ganze besitzt selbstverständlich auch klinische Relevanz. Auf dieser Folie erkennt man die räumliche Nähe der Ableitung V1 sowie V2 zu den jeweiligen Ventrikeln. Bitte beachtet, dass das Ganze stark schematisiert ist und nur der Veranschaulichung dienen soll. V1 und V2 liegen nicht zwangsläufig über diesen Ventrikeln. Wie dem auch sei, zunächst erfolgt also die bekannte Vorhoferregung. Ab diesem Schritt betrachten wir auch parallel das EKG in Ableitung V1. Nun erfolgt die kleine Depolarisation in Richtung Herzbasis. Da der Summenvektor somit in Richtung V1 zeigt, kommt es hier zu einem positiven Ausschlag. Die darauffolgende Erregung der Hauptmuskelmasse zeigt wieder in Richtung Herzspitze, also weg von V1. Deshalb erkennt man hier eine tiefe, negative Zacke. Im Normalfall müssten nun beide Ventrikel erregt sein. Doch bei einem Rechtsschenkelblock erreicht die Erregung nicht den rechten Ventrikel. Deshalb muss dieser von der linken Herzseite aus erregt werden. Kann hierfür aber nicht mehr das spezifische und schnelle Reizleitungssystem verwenden, da der rechte Kammerschenkel ja blockiert ist. Deshalb erfolgt hier ein langsamer, aber großer Vektor von links nach rechts. Dies entspricht einem weiteren positiven Ausschlag in V1. Nach dieser Trägendepolarisation sind also beide Ventrikel vollständig erregt. Diese Kenntnisse verdeutlichen uns jedoch, warum bei einem Rechtsschenkelblock ein M-förmiger QRS-Komplex in dieser Ableitung auftauchen kann. Das Wissen über die Vektoren kann sich auch bei der Diagnostik von Infarkten auszahlen. Hier kommt es, wie bereits in unserer EKG-Reihe erwähnt, zu einer transmoralen Schädigung, d.h. der Infarkt betrifft alle Wandschichten des Herzens. Durch den Untergang der Zellen entsteht in der Nekrosezone sozusagen eine positive Ladung. Deshalb kommt es hier zu einem elektrischen Vektor, der in die Richtung des Infarktes zeigt. Wenn also beispielsweise ein inferiorer Infarkt vorliegt, so entsteht ein auf dieses Gebiet zeigender Vektor. Wenn wir nun auf unser Herz die Extremitäten-Ableitungen projizieren, so sehen wir, dass dieser Vektor genau in die Richtung der Ableitungen 2, 3 und AVF gerichtet ist. Deshalb kommt es in diesem zu einer Anhebung der ST-Strecke. Da aber dieser Infarktvektor von beispielsweise AVL weg zeigt, kommt es hier zu einer ST-Senkung. Damit hätten wir auch das Ende des Videos erreicht. Ich hoffe, dass die Erklärungen einigermaßen verständlich waren.